moin leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal ich war jetzt länger inaktiv aber ich möchte euch heute mein viertes dorf vorstellen ja ich weiß ich konnte es nicht sein lassen wollte eigentlich noch drei haben und zwar mein viertes dorf ist auch hier ist ich wollte es eigentlich nicht so nennen aber das ist ja das ist halt so gekommen das hatte ich noch auf meinem alten handy und jetzt habe ich hier und zwar hier ich meinen eigenen klären wo beitreten könnte genau deswegen habe ich dieses dorf ja bin hier ratos 4 und ja ich möchte hier gerne noch ein bisschen was machen es ist noch nicht so gut wie ja lias 2 auch im nachtdorf ist jetzt noch nicht so gut ja genau hier sind noch ein paar mauern dieses doch heute mein live stream gemacht da habe ich euch auf dem alten handy gezeigt ja genau aber das hat es halt noch anders aus da war ich noch hat aus drei wir müssen auch noch die gold lange machen damit wir hier mal ein level höher gehen können von ratus her er hat die golden sind auch noch nicht so gut wie das andere das wird aber noch das wird aber noch ich spiele auch sehr selten können ich habe es halt nur weil hier mein klären ist ihr seht ihr den namen die magier tretet gerne bei ich habe nämlich noch keine tretet gerne bei ich müsste eingestellt haben damit ich denke ich habe es irgendwie so eingestellt damit wir keine pokale und so brauchen ja müssen wir eingestellt haben auf jeden fall könnt ihr dabei treten wenn ich auf jeden fall sehr freuen wenn ihr beitretet genau das würde ich einfach nur mal gezeigt haben und es ist jetzt auch noch nicht so gut wie jetzt das hier dort werde ich bald ja ein rad ist höher gehen wir müssen aber dafür die gold lager noch verbessern ich habe auch noch was krass ja so ist aufgebaut aber man sind alle schon level 4 die müssen auch noch verbessert werden genauso wie die genau ich würde sagen wir verbessern jetzt einfach mal die beiden gold lager und ja das macht man jetzt auch noch nicht so gut machen wir einfach mal die kanone hier das bessere wäre mir da jetzt sowieso nicht eingefallen und jetzt werden wir nochmal in die VF Base gehen und ja das wollte ich auch noch kurz sagen bis zum nächsten Video also ich wollte es hier euch noch kurz zeigen ich würde noch sagen bis zum nächsten Video Leute Ciao Wir sehen uns jetzt wieder einmal im nächsten Video und ich hoffe jetzt selber wir sehen uns später in den nächsten Video bis zum nächsten Video ich